Oh, eine Irelia und eine Gank to the Plank. Gegen Gangplank Toplane. Leider hat er Flora gebannt, weil sie natürlich actually Flora dagegen spielen wollen. Aber er hat er leider rausgenommen. Das Game habe ich Flora geblindet, aber dieses Game dürfen wir sie nicht spielen. Und was cooles gegen Gangplank, was ich lange nicht gepickt habe. Was auch der Draft selbst Sinn ergibt. Wenn die Gegner jetzt nicht große Reichweite Botland picken, könnte Kayle hier interessant sein. Ich hätte auch richtig Lust auf ein Kayle-Game. Also honestly, Kayle ist hier nicht so bad. Ich würde auch nicht sagen, warum das hier gut ist, denn Kayle jemals gut zu nennen ist schon ein großer Stretch. Aber sie ist auch nicht komplett scheußlich hier. Und wenn nicht jetzt, you know, dann wahrscheinlich nie. Da geht man noch den gleichen Runen, so PTA Overheal? Oder geht man kein Overheal mehr? Ich baue nicht wirklich Presence of Mind, oder? Ein Overheal ist halt relativ schlecht, weil es erst so spät online kommt. Aber seit frühestens auf dem zweiten Item haben wir erst Overheal. Also es ist keiner nutzlos für Riftmaker. Soll Level 3 gegankt werden, so wie der Typ jetzt die Wave spielt? Ich dachte, der würde wegrennen, deswegen habe ich zu früh E-Gedrückt, dass ich da zwei Autorex durchbekommen kann. Nicht, was ich wollte. Ich falte dich mehr, wenn du die Waves so spielst. Bisschen beide, dass du willst, dass ich gegankt werde. Dann push ich die Wave einfach selbst hart, weil ich nicht zulassen will, dass die Wave slow pusht. Nämlich währenddessen einfach harassen darf, for free. Aber so meine Borderlands auf Midnight wurden schon mal gesolobolot. Echt nicht so geil ist. Boah, ich habe gerade technisch so getan, als hätte ich gewordet. Was aber nicht viel bringt, weil ich auch ein bisschen Lane gewordet habe. Aber das weiß ja nicht unbedingt, der K6. Das weiß ja nicht und denkt, dass ich gerade einfach gewordet habe. Das ist ein kleiner Bluff quasi. Nachdem wie Gangplank kommuniziert, war es gut oder halt nicht. Aber dadurch, dass ich leasche und Gangplank die Wave so spielt, wie er spielt, will er dafür sorgen, dass ich Gangplank bin. Ich bin Level 3 Slowpush-Gank. Und dafür sorge ich halt, dass ich nicht Gangplank bin, indem ich so spiele, als ich die Wave auf Hardpush habe. Denn Kerl hat ein stärkeres Early-Game, als Leute denken, wie vor allem Passive so viel Attack, der mir Attack-Speed gibt und auch so viel Movement-Speed. Eigentlich will ich auch eine Hilfe bei der Wave, Olaf, aber er gestern hat meine Pings nicht verstanden. Nur, dass er den nicht freezen darf. Aber es läuft immer noch nicht wirklich gecheckt. Er hat das gecheckt. Nice. Hilfreich. Wirklich hilfreich von Olaf. Wenn wir schon früher machen sollen, der kann die Wave jetzt freezen, wenn er will, also mit seinem Gesicht Trace denken, aber es nimmt enden zu viel Schaden. Also, selbst wenn er das gemacht hat, er könnte es machen. Wie gesagt, dann würde ich einfach zurück die Pien und ihn harassen. Dann denke ich die Pien oder so zurück, es ist 7.12. Warum? Und wenn ich wünschte, den Ward ab. Ich hatte kein Ward ab, sonst kann ich einfach ihn töten im Busch, aber ich hatte kein Ward. Also, ich muss es meinem Urlaub überlassen, aber ich habe ihn jetzt eigentlich schon keinen, der aufs Geld in GP. Heils, größtes Problem ist eigentlich, sie will ein Split-Pusher sein, aber sie macht kein Damage auf Zürme, weil du einfach nur On-Hit-Damage kaufst mit Kellner. Deine E, deine Ults, also deine Ult-Upgrades quasi, diese Energiewellen. Und auch Nashas Toops und hat alles nur Damage auf Monster, Minions und Champions auf On-Hit-Basis. Okay, kann ich wirklich Progress machen dann. Aber nice, im Gank-Lank sehr, sehr runtergekloppt. Leider nicht gesolo-killed, aber almost. Fuck, warum möchte ich da wieder nicht? Das genau ist gleich wieder vor, ich wollte wieder nicht ehen. Aber diesmal nicht, weil ich dachte, das abläuft diesmal, weil ich einfach dachte, er würde nicht rechtzeitig reagieren können. Weil ich so viel Tracks-Bed eigentlich habe, aber hatte ich keine Stacks ab. Ey, mein, war es diesmal ohne Turret-Shot, also bleibt es hier nicht so viel HP umgemündet. Warte, was ist das? Das ist einfach legit den ganzen Weg rumgelaufen und hat mich einfach getötet. Kann ich wirklich was besseres ulten als Ignite, Leona Q und Gangplank-Ult. Das ist echt scheiße. So, jetzt kostet mir einfach so viel Kill an Gangplank und zwei Plates. Level 5 Leona war es, das ist einfach noch O0, sie ist gerade immer als Level 6 geworden. Das macht einfach mehr Schade als Gangplank. Einfach mit Auto-Attacks und Q. Das wirft mich um einiges zurück. Ich war so weit vorne, bin immer noch vorne. Immer noch Level 9, Level 8 und... Aber ich hatte gerade einen Kill und dann noch einen Kill. Ich habe 620 Gold gemacht, der Gangplank, über nur Play zum Killen. Das ist echt bitter. Wenn es kritisch wäre, wäre ich gestorben. Am Junge! Lieber dich Olaf, bist zwar spät gekommen, aber du bist gekommen. Danke Bro. Keiner wieder bei dem Gang davor, wo er auch spät kam, aber doch noch rechtzeitig. Im Deck hat die Pia ab, eigentlich lohnt es sich kaum den Turm zu hütten. Ich mache eh kein Damage of Turrets, aber wir können die Diven. Noch ein Player dann raus, bevor Kar kommt. Ul war vielleicht ein bisschen früh, aber nicht wirklich. Also klar, der Turm macht am Ende mehr Schaden, aber wenn ein Gangplank kriegt, dann stirbt Olaf Heid. Und dann macht er halt ungefähr so viel Schaden wie der Turret dann später. Von daher, es war eigentlich keiner Feind. Ich bin auf Powerspike, ich mache sehr viel Schaden. Aber gut, Jinx und Kha'Zix haben bereits da. Naja, immer an One-Forn, trotzdem nicht unbedingt war. Ja, also wenn Kha'Zix und Iria beide auf Powerspike sind, ist es halt extrem schwer, sie zu auto-attacken. Weil sie einfach mich dann one-hitten können, natürlich. Gibt es so ein cooles Arme-Item in dieses Game? Man soll jetzt, ergibt Sinn gegen so viele AD? War es eigentlich ein uncooles Arme-Item? Gibt es irgendwie so Titans Resolve aus TFT oder so, wer weiß. Aber Boys. Da steht es noch rauf oder was ist Ihr Call hier? Die Ult auf Sol war fucking klatsch, ich denke. Aber halt die Sache, ne? Davor, wie gesagt, beim Dragfight, ich hatte halt keine Ult. Als Ohna sagt, group doch, dann wäre es Game zu Ende. True, aber lass mir meine Ressourcen, die ich brauche. Ich bin K. Als Ohna meine Ult zu groupen gegen zwei gefehlerte Assassins zu dem Zeitpunkt. I mean, es ist nicht unmöglich. Ist es smart? Disagreed. Darin komme ich rein und kann einfach so viel machen. Wäre viel lieber auf Powerspike als dumm zu fighten. Als zehnmal lieber. Aber na gut. Nehmen wir zur Seite. Was ist eine relativ zivilisierte Diskussion? Machen die jetzt eine Ashy? Leu. Ich habe auch den Ding gehitten. Er ist im Rap-Up gestorben am Ende. Also ich glaube, wie ich das Spiel spiele, ist es schon ganz okay. Dass ich aber auf Ressourcen kämpfen komme und nicht auf Nicht-Ressourcen quasi. Aber das wäre ein erster Fall, den war dumm von Esvil und von mir. Um Spotzeit zu zeigen, nach dem Reset nach Drake. Klar, ich will für Sonja es greeden und es noch haben. Vielleicht kann ich einfach nur ein Shield verkaufen. Item ist eh useless, also. Das war quite bad. Ist Dead Man's Plate nicht unbedingt so bad? Oder selbst vielleicht Death's Dance? Death's Dance! Verwehrte AD auch. Auf die Auto-Attacke zumindest. Und ist die Death's Dance? Es klingt ziemlich Int, aber es könnte fantastisch sein. Weil ich war so schnell, dass ich einfach reingelaufen bin. Oh, das ist in der Tragödie. Er hat einfach Olaf geholt, der statt mich. Oh wow. Aber ich gehe auch ein bisschen zu OP, Leute. Holy fuck. Double GA, Double Stopwatch und Ult und Flash. Eine Menge Defensive Tools, wird es ausreichen. Gehen aber auch wirklich viel Dive. So ist einич, okay, so ist fucking dead. Ah, das war mal sehr schlecht. Also wichtigster Champion bei solchen Fokus-Situationen. Ich kann den nämlich nicht wirklich hitten. Das ist immer das Problem mit Kayle. Ich kann es einfach nicht Auto-Attacken. Aber wir machen den Un-Spawn. Ich bin jetzt Level 16 zumindest. Mit dem besonders nicht, ist das nicht wirklich schlimm. Den Irea oder Kha'Zix-Reinlauf haben wir ein Problem. Aber Kha'Zix-Schlimm ist nicht so schlimm wie Irea. Weil ob es die Irea hat fucking 15 Kills. Doppel-Sonyers und Ult. Also ich kann Kha'Zix-Unsichtbarkeit quasi komplett Sonnyersen, wenn ich würde wollen. Oder Ulten halt. Das muss erst wiederholen, I think. Seine Nase kratzen. Let me go for more. Er hat noch Ulten gesehen. Vielleicht habe ich noch eine zweite Stopwatch. Ah! Scheiße. Malbert hätte ich Sonnyersen müssen, statt A zu schreien. Oder sehen, er hätte es ulten können, statt nichts zu machen. Aber ich habe A geschrien, ich hätte Sonnyers. Malbert, Malbert. Wir hätten legit enden können, wenn ich nicht sterbe. Aber auch nur, wenn Jinx so dumm stirbt, wie jetzt. Sonst hätte sie die Wave gecleart. Der Banger-Game, ne? Banger-Game. Noch zweimal Stopwatch für den nächsten Fighter. Soll wahrscheinlich rund um Nash sein. Ich kann kurz in Base warten. Leon hat jetzt noch mehr SC für mich. Rea, GA und Flash verloren. Ich habe aber auch Flash verloren. Die Rea ist ein Problem nach wie vor. Dabei sollen die erst nach wie vor, aber kein Flash mehr. Ich würde ganz gerne Rap-Duff haben. Holen schon raus, ist gut. Ich habe auch die Wave-Waltes-Game geklebt, dass sie nicht direkt Back-Dash-Stand in der Gänse haben. Dann müssen wir fighten, Jungs. Hallo. Ich bin so P. Da habe ich den fight gecarriert. Kann die einen Backdown aufhalten? Nice. Nice. Da war da besonders huge. Weil ich mich einfach alleine halten musste. Weil mein Dude geintert hat. Mein Sehen. Aber ich habe meinen Job richtig gemacht, ich denke. Ich bin auch für sowas der Double-Stopwatch auch da. Weil ich hätte vielleicht den Backdown noch... Ich habe halt von hier nach hier, ich hätte noch Mid-Wave vorher klären können. Nicht nur Bot-Waves, sondern noch mehr. Ich habe an Backdown gedacht, aber ich hätte den Mid-Wave noch klären sollen. Ich denke, es war nicht so geil. Es gab nicht so viel Zeitdruck bei Nash. Aber Mid-Wave hätte ich einfach one-hit'n können. Ich habe jetzt anderthalb Türme verloren. Das ist schon eine Schwäche langfristig. Es klingt nicht bad, no? Ich kann einen Teil von dem Death Stance Damage ulten. Ich kann einen Teil von dem Death Stance Damage sonnjassen. Ich nehme jetzt weniger Magic Damage und physischen Schaden. Ich habe AD Scalings. Warum nicht? Das ergibt einfach Sinn. Ich bin gut. Noch mehr Armor gegen eine Full-AD Draft. Wenn man die ganze Zeit schon überlegt, welche coolen Armor heute das wir kaufen können. Vielleicht ist das Dance der Weg. Ich fühle mich jetzt wie ein Juggernaut-Tank, wenn ich mein Item sehe. Ich denke, es war der Weg, guys. Schöne Seelen oder auch. Aber ich hätte mich eh sonnjassen können. Noch viel lag an den Olaf für die Early-Game-Hilfe mit den Resets und so. Weil ich einfach zu tankig für die Gegner gerade. Da ist legit zu tankig. Also, wie gesagt, ich wollte mein Kale-Game spielen, weil auch sich viele sowas wie Kale mal gewünscht haben. Das war auch ein cooles Game. Aber objektiv war sowas wie Zack, Mile Fight Poppy, Combat, Freewind. Alles für Damage gemacht, für gefarmt. Wir haben doch Power Spikes fighten. Das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Kales Damage an Turrets ist so horrible. Es ist so traurig. Oh ja. War ein wahres FL-Genügen, würde ich sagen. Aber hier waren wir recht tankig. Not bad. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.